Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Battletech! In der letzten Folge haben wir einen richtig schönen Teaser gesehen. Ostergaard ist mit der Iberia vorbeigekommen und möchte gerne Lady Kamias Zukunft auslöschen. Hey, hey, hey! Das müssen wir natürlich verhindern. Und das gucken wir uns jetzt auch an. Nun, Boss, ich muss schon sagen, die Lage sieht recht düster aus. Aber hey, immerhin wissen wir jetzt, was Espinosa's Geheimwaffe ist. Danke für diesen Licht, Lirian. Haben Sie die Wand hinter Ostergaard gesehen? Brandflecken, Einschusslöcher. Sah nach Beschuss durch Handfeuerwaffen aus. Seine Mannschaft musste versucht haben, die Brücke einzunehmen. Oh, da habe ich nicht drauf geachtet. Sah man das? Sollte es zu einem Moderei auf der Iberia gekommen sein, wurde sie niedergeschlagen. Und so verstört Ostergaard auch geklungen haben mag, er hat recht. Wenn wir unsere Truppen abziehen, macht das Direktorat kurz einen Prozess mit ihnen. Und ein Landungsschiff der Festungsklasse können wir auch nicht aufhalten. Festungsklasse hört sich auch geil an. Zumindest nicht mit herkömmlichen Mitteln. Ein unglaublich dubiosen Job. Oh ja, bitte. Bitte macht das. Ihr Instinkt ist so scharf wie eh und je, fordere ich. Sie werden die Iberia ausschalten. Äh, ja klar. Die Argo ist kein Kriegsschiff. Sie ist nicht immer mit Waffen ausgerüstet. Nein. Aber sie ist mit etwas ausgerüstet, mit dem ein Landungsschiff vernichtet werden kann. Wenn ich mich recht erinnere, hätte das sogar die Argo beinahe zerstört. Wir werden den Locura verwenden. Ich habe erst daran gedacht, die Battle Mags an die Hülle zu schnallen. Aber ich glaube, das ist nicht so gut. Wir nehmen den Virus. Okay. Nein, auf keinen Fall. Lady Arano, dieser Cod, hat uns bei Festung Nautilus übel zugesetzt. Er hätte fast unsere Treibstofftanks hochgejagt. Es ist so gefährlich, damit herumzuspielen. Wir können nicht. Wir haben keine Wahl, Sumaya. Eine andere Möglichkeit, um dieses Schiff zu zerstören, haben wir nicht. Wenn ich daneben liegen würde, hätte Farrow das inzwischen angemerkt. Sagen Sie es Ihnen, Doktor. Wir können es schaffen, nicht wahr? Ja, ich glaube, wir könnten es tun. Selbst wenn er die Iberia nicht zerstört, sollte er sie doch lange genug beeinträchtigen können, um sie außer Gefecht zu setzen. Aber bei diesem Code handelt es sich um ein wissenschaftliches Experiment. Keine Waffe. Ich denke, dass ich ihn zu einer umbauen kann, aber es ist riskant und ich kann nichts garantieren. In dem Leben ist nichts garantiert. Okay. Ich muss zugeben, dass sie mir die Idee nicht wirklich gefällt. Wenn wir das nicht tun, wird Ostergard die Armee der Restauration ungestraft auslöschen. Ja, tun sie ihr Bestes. Ich dachte mir schon, dass sie so denken. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Wir müssen noch eine Möglichkeit finden, den Code an Ostergards Schiff zu schicken. Ich schlage vor, dass wir eine Kommunikationsanlage auf der Planetenoberfläche einnehmen. Wir brauchen jedenfalls ein Netzwerk, dem der Computer auf der Iberia vertraut. Auf Lyris, dem zweiten Mond der Thronwelt, befindet sich eine Kommunikationsanlage des Direktorats. Während der Herrschaft meines Vaters wurde über diese Anlage fast die gesamte Kommunikation des Systems abgewickelt und mein Onkel tut nun dasselbe. Sie können dort den Locura übertragen, bevor sie die Anlage zerstören. Der Kontrollturm ist völlig automatisiert, es sollte also keine Kollateralschäden geben. Damit würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Gefällt mir, wie sie denken. Ich mache den Sprengstoff bereit. Sobald wir auf dem Planeten gelandet sind, sollten wir mit heftigem Widerstand rechnen. Ich muss mal sehen, ob wir eine technische Lösung für das Problem finden können. Vielleicht kann mein Team die Geschütztürmer übernehmen, damit die zur Abwechslung mal für uns kämpfen. Commander, Sie sollten am besten eine sprungfähige Lanze mitnehmen. Kommunikationsanlagen wie diese auf Ibris befinden sich für gewöhnlich auf erhöhten Plattformen mit vielen Rampen und Einstellen. Ja, wir haben glaube ich nur einen Mech, der nicht hüpfen kann. Danke Doktor, alles hängt vom Erfolg dieses Plans ab. Es ist entscheidend, dass Osterguards Aufmerksamkeit für die gesamte Zeit über mir und der Maillie der Restauration gilt, sodass er nichts von ihrem Mindset auf Lyris mitbekommt. Deshalb werde ich ihm etwas geben, worauf er sich konzentrieren kann. Ich bestäunige unsere Offensive. Wir greifen die letzte Hochprogtesdirektorats an. Cordia City, die Hauptstadt von Cormoria. Heizen Sie ihn richtig ein, der Rano. Nach Abschluss des Auftrags werden wir uns mit Ihnen auf Cromodet treffen. Wir haben einen Job zu erledigen, Leute, und das wird unsere bisher größte Herausforderung. Machen Sie sich einsatzbereit und erfolgen und folgen Sie den Anweisungen des Kommandos. Wir müssen ein Landesschiff vernichten. Ja, alles klar. Das machen wir doch. Ja. Wir nehmen den Raketendüdel mit. Na komm, wir nehmen Fat Tony mit, damit er auch noch ein bisschen auflevelt. Die zwei brauchen noch. Die Bewegung. Okay. Auf geht's. Dann muss ich mir gleich mal den Säft aufmachen. Oh, ja. Energy Drink mit Eisbonbon-Geschmack. Fuck. Schade, dass es die nicht immer gibt. Alles oder nichts. Geht klar. Bring Dr. Farrow Murat zur Kommunikationsanlage, zerstöre die Garnison und halte durch. Easy peasy, oder? Na komm. Brav. Command Interface initiiert. Oh. Ja gut. Vorher glaube ich auch nicht erwähnt. Ich habe hier die Dinger komplett pink gefärbt. Ach halt, das ist ja die Hauptmission. Oh Gott. Äh. Ups. Ihr könnt ja nachlesen, was das war. Hehe. Sorry. Die Sprengsätze. Ja, ich werde damit den Kontrollraum, äh, Kontrollturm zum Einsturz bringen, nachdem ich den Lokura auf die Iberia hochgeladen habe. Hey, haben wir das letzte Gesinn? Alter, lass. Okay. Ja gut. Puh, da ist ordentlich was los. Da ist ordentlich Party. Mit dem DVD-Ausweichwerte. Oh. Das ist hier kein Waldgebiet, wo ich... Okay. Ich hätte auch reinspringen können. Hm. Sprengsatzjett. Alright. Hey. Ein... Ein Slipknark ist unter... Ach. Ach ja. Das waren noch Zeiten damals. Eskuteere den MTW zur Geschütztumsteuerung Alpha. Und bravo. Ah ja. Das sind die zwei. Don Pedro. Du kannst schon mal hier... mit deiner UAK irgendwas wegschnetzeln. Das ist ein Vindicator? Der hat aber nicht wirklich, äh... was im Petto. Let's see how you handle this. Trotzdem nichts weggesprengt. Okay. Dann habe ich den unterschätzt. Na... Mit Chris springen wir mal. Ja, wir springen in den Wald für Verteidigung. Haben ordentlich Auswahl. Puh. Das haben wir einfach... Komm, wir schießen einfach. Ohne groß... auszuwählen. Irgendwas kriegen wir schon weg. Der hat immer noch... alles. What the fuck. Hä? Querschläger? Was ist das? Das ist quergeschlagen auf die... Mauer, oder was? Tony kann nur auf den da? Außer wenn er... Ja, wenn er hüpft auch nur. Äh... Nein, den will ich eigentlich nicht... an... an... düppeln. Okay. Dann schieß mal. Oh, aber von der... Hitzeentwicklung ist das echt gut mit dem Mac. Die LB-20X hat auch mal vier Sachen rausgenommen, weil die so spreadet. Nice. Das war schnieke. Oh. Mit einer PPK hast du geschossen, ja? Du hast drei. Wieso schießt du denn nur mit einer? Oh, Mann. Oh, und hier kann ich wirklich, äh... Okay. Wenn ich hier nichts machen kann, dann gehe ich in dieses Waldgebiet. Das ist Wald? Oh, weißt du, so weit vorne. Ich gehe in dieses Waldgebiet und bin außerhalb der Sichtweite. Jetzt frage ich mich natürlich, warum ist hier Wald? Ja, immer noch 1661. Aber es kommen noch. Ah, ein Geschützturm noch. Okay. Das hat auch nur 151 Schaden gemacht. Das geht. Okay. Natürlich. Fahrt ruhig komplett nach vorne. Mitten in die Geschütztürme rein. Ihr Vollidioten. Bleibt doch hinten, bis hier vorne ein bisschen abgesichert ist. Aber es ist selber schuld. Oh. Ein weiterer Schuss ins Richtige. Und der ist im Eimer. Echt klasse gemacht. Wir gehen hier hin. Also das hat schon geschossen. Wir versuchen den da rauszunehmen. 2,25. Ja komm, wir schießen einfach alles. Wir haben genug Munition. Okay. Okay. Es ist offiziell. Rumble-Seats sind eine schlechte Idee. Und ich mag nicht, dass sie getroffen sind. Ich bin wirklich, wirklich nicht. Ja, Commander. Du Army. Können wir noch was anderes anvisieren, außer diesem Mac da oben? Nicht wirklich. Dann machen wir das auch mal. Ja komm. Wir schießen mal präzise in den Bauch. Also mit der LB-20X wird das natürlich nix, aber mit den Raketen immerhin. Ja, natürlich schießt du nix. Schießt okay. Ja, die sind ja auch so richtig aufgereiht. Perfekt für irgendwelche Querschläger von Raketen. 79. Oh, hat er noch. Einiges. Chris, du hast notfalls das Ding. Okay. Du nimmst diesen Geschützturm raus. Oh, halt, warte mal. Oh, wir sollten die Geschütztürme nicht rausnehmen. Wenn die MTWs überleben, dann müssten die eigentlich die Geschütztürme für uns arbeiten, oder? Och, süßen Jenna. Das ist ja goldig. Oh, ich kann ihn sogar angreifen. Ja. Okay. In den Kopf geschossen? Echt jetzt? Wow. Wow. Das ist heftig. Müssen jetzt natürlich hoffen, dass wir da... Okay, eingenommen. Nice. Give us a moment. Powering down enemy turrets, Commander. Give us a moment and we'll rewrite their targeting protocols. Schneeke. Oh, hier ist noch ein Catapult. Oh, hat sogar noch überlebt. Wobei ich nicht weiß, ob das unbedingt wichtig ist. Okay, dann Pedro läuft einfach mal ein bisschen geradeaus. No shooting, just running. Got it. Chris. Sieht ihn. Oh, ist aber ordentlich... Ordentlich warm. Okay. Hm? Hat nicht gereicht, um irgendwas wegzuballern. Ja, und die PPK-Dinger sind natürlich hier ein bisschen scheiße. Was ist denn, Boss? Ein bisschen scheiße. Ein bisschen arg scheiße. Ganz einfach aus dem Grund, weil... Die können nur geradeaus schießen. Die können keinen Bogen ballern. Wir schießen noch mal alles rein. Hart an der Grenze. Hart an der Grenze. Okay, wir können ja auch noch mal reinballern. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Wir müssen schon abzureihen. Dann haben wir das. Die kann man ja noch mal aufkommen. Bekommen zu werden. Hallo. Hier. Ne, halt. Okay, uns gehören alle Geschütztürme. Okay, dann wird das wahrscheinlich wirklich so sein, dass wir dann von hinten angegriffen werden. Puh, weil hier ist einfach zu wenig Platz für die Landung. Aber wir stellen uns erstmal hier auf. Dann drehen wir uns einfach. So. Alright, ich hab's hingekriegt, da hinzulaufen. Gut, ich bin drin. In ein paar Minuten sollte ich das Kontrollzentrum der Anlage gefunden, den Datenträger angeschlossen und das System so eingestellt haben, dass der Locura an die Iberia gesendet wird. Und auf dieser Seite, ich gehe für ein bisschen radio-silent. Ich muss mich konzentrieren, während ich daran arbeite. Ich werde bald in Kontakt. Kommanderer, beinahe. Ich sehe hohe Aktivität auf allen Direktor- und Com-Kanälen. Du hast mit Kompany. Augen auf, eine Lanze ist gelandet. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gesehen. Aber das Geile ist, wir haben so viele Geschichtstürme. Hätte ich mal hier die andere nicht umgeschossen. Okay. Dann Pedro. Worauf würden Sie denn gerne schießen? Wir haben freie Auswahl. Wir hätten einen Marauder mit PPKs. Langstreckenraketen-Gedönse. AK-PPK. Okay. Hat der auch eine PPK? Äh, eine AK-10. Dann schießen Sie ihm mal den Kopf weg. Mist. Zu wenig Feuerkraft mit den AK-5ern. Wir brauchen die AK-10er dafür. Sie haben einen Lock auf mich. Warte, das hat er doch die AK-5er, oder? Nee, der hat die. Der hat die AK-10? Noch trotzdem nicht. Okay. Oh. Ich dachte, du gehst hier ein bisschen silent on the radio. Okay, mit ihm kann ich nichts machen. Ich kann nur mal ein bisschen weiter nach vorne fetzen. Hauptsache, wir stehen nicht mehr mit dem Rücken da. Oh, jetzt hat er mal seine drei PPKs ausgepackt. ready for order. Alright, Tony. Na, komm. Präzisionsschlag? Ja, für die Treffsicherheit ein bisschen. Wir gehen aber auf den Tor so. Ja, 93. Da dürfte er aber noch deutlich mehr landen. Okay, Chris hat hier drei Ziele. Ja, wir springen für die Ausweichwerte. Ähm, ja komm. Einfach mal. Querfeld. Schade. Ich hab gemeint, wir könnten den Tor so treffen. Na ja, vielleicht machen ja unsere 2000 Geschütztürme. Ordentlich Schaden. Ach, ja gut. Dann schießen die anderen vier Geschütztürme mal überhaupt nicht. Oder machen wenigstens Sensor Lock. Nö, nö. Warum sollten sie das auch? Ready for order. Oh, ja. Hier hast du einige Auswahl, aber keine Ausweichwerte. Nein, willst du nur in die Seite schießen? Egal. Oh, nicht egal. 45, 50, 30. Äh. Ja, versuch's nochmal mit dem Kopf. Ja! Ja. Da hat man ganz genau gesehen, dass da eine in den Kopf gegangen ist. Schnieke! Dafür sind die UA-Cards einfach richtig geil. Kopfschüsse. Okay. Tony. Ach komm. Einfach ein klein bisschen nach vorne. Und dann, ähm, Vollstoff. Gucken, wie du den mittleren Tor so triffst. Ja, zu wenig. Aber er liegt. Hey. Oh, der steht wieder. Sowas aber auch. Ja. Reportieren. Major Armour verloren. Ja. Dein Arm. Ja, gut. Er sieht nicht mehr so ganz fit aus. Okay. Das wird doch reichen. All weapons are go. Jupp. Jetzt steht er nicht mehr auf. Hihihi. So. Der PPK-Dödel. Ja. Kann man so machen. Und ich sehe immer noch nix. Also, sprinten wir mal noch weiter. Sag mal, ich sag bald mal hier was kaputt bei denen. Ja. Geht so. Aber der dürfte doch bald auch, äh, noch mehr landen, oder? Wir schießen auf. Oh ja, auf den Marauder. Mitten ins Kreuz. All weapons are go. Tschüss. Tango down. Da hast du dich falsch rumgedreht. Okay. Der Quickdraw hat auch mal seinen Pulver verschossen. Oh, wir können sogar mit dem Endlaser schießen. Hihihi. Ja, dann nickt er wieder. Und der steht jetzt nicht mehr auf. Der war nämlich gerade dran. Okay. Cold Shot. Rechter Arm. Er hat das linke Bein zerstört. Beide Beine kaputt. Nice. Schießt auf den rechten Arm und trifft das linke Bein. Hm. Warum auch nicht? Okay, wir sprinten mal ein bisschen weiter hier hin. Du bleibst hier oben. Und Tony kommt auch ein bisschen zurück. In den Wald hier. In den Wald. Was wäre jetzt passiert, wenn ich Don Petro hier oben hingestellt hätte? Hättest du mich dann zerfetzt? Kommandant. Also. Zeig dir mal, wie man schießt. Die zwei waren schon. Dann nehmen wir einen von denen raus, würde ich sagen. Der Banshee? Oder den Battlemaster? Was hat die Banshee? PPK? Zwei Stück? Aber wir nehmen den raus. Komm. Das ist ein richtig fetter, überschwerer Mech. Mal gucken, wie viel Schaden wir in den zentralen Torso kriegen. Das ist halt das Geile an den URKs. Mittlerer Torso? Zerstört. Einfach so. Hey. Wir schießen den Jäger Mech um. Ach, ist das schön. Chris kann auch was umschießen. Position confirmiert. Können wir ihn? No. Das geht leider nicht. Na gut. Da neben der Kleine. Copyback. Enemy down. Das Problem ist. Ich bin falsch gelaufen. Ich kann wieder nicht schießen. Und bis ich da bin, ist der weg. Und dann landen die wahrscheinlich hier. Aber immerhin sind jetzt die ganzen Geschütztürmer da hinten aktiv. Hey, das ist einer von uns. Commander Pharah? Ich bin gerade erst gelandet, aber wir haben ein Problem. Ich habe einen geschwader Luftraumjäger des Direktorats auf dem Radar und sie nähern sich uns. Scheiße, wir müssen von hier verschwinden, bevor sie auftauchen. Wie viel Zeit? Nicht viel und sie sind schwer genug bewaffelt, um unseren Leopard zur Hölle und wieder zurückzuschicken. Ich kriege das hin. Halten Sie mir nur das Direktorat vom Leibkommander. Ich brauche nur noch ein paar Minuten. Geht klar. Pedro? Gib ihm mal, Saurus. Ja, komm, schieß ihm die Sch... Nee, ich versuche auf den Tor zu schießen. Ja, fast. Fast. Je. Ich kann immer noch nicht schießen. Ja, Tony spart sich mal ein bisschen Munition. Vor allem in der Raketen. Und ja, und hier mal eine raus. Jupp. Das hat gereicht. Kampf wird beendet. Und was machen wir jetzt noch hier? Gucken, dass ich wieder da nach oben komme. Okay. Ich glaube, die landen hier jetzt. Wenn nochmal was kommen sollte. Hm. Aber es sieht nicht danach aus. Hier ist das. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin bereit, wir treffen uns am Evakuierungspunkt und dann verschwinden wir von hier Naja, gut Das hätte auch ein bisschen ein bisschen heftiger sein können für meinen Geschmack Gut, ich mein Uns wurde fast der Kopf weggeschossen, aber Hier, ne? Nur noch eine Rüstung Das gleiche am Anfang Das war Das war heftig Huh, was wollen wir denn hier an Wow, so viele Meckteile An Waffen Hm Kein Wärmetauscher D Entfernungsmesser 100 Sicht Wiegt da was? Ach komm, nehmen wir mit Ja gut, und ansonsten Ne Banshee Ja komm Dann bauen wir den hier, verkaufen den Den Jägermeck bauen und verkaufen Und dann noch den Orion Puff 18 Millionen angeblich, ne? Ja, da muss ich auch gleich mal dran denken Kommt bestimmt noch ein kleines Mini-Video Wahrscheinlich Gleich nachher dran denken Die MechWarrior aufzuwerten Da geht die Festung flöten Oh, oh no Der Arme Stellt mir vor, dass wir auf die Hauptstadt gestürzt Wow Puff Komm, das nehmen wir noch mit rein Die Iberia wurde zerstört, Onkel Oh, Moment Erstmal die Stimme ölen Oh ja Die Iberia wurde zerstört, Onkel Ostergard kann dir nicht helfen Und du hast keine Asse mehr im Ärmel Du musst diese Sache endlich beenden Damit unser Volk nicht weiterleidet Wie viel deinen Truppen sich zu vergeben Unser Volk Darum ging es die ganze Zeit, weißt du Wenn du nur auf mich gehört hättest Hätte ich dir deinen Thron niemals weggenommen Ich wollte die Macht nicht um Ehret willen Nur der Sektor lag meinem Herzen Sein Wohlergehen, sein fortwährender Glanz Und doch wolltest du diesen Ruhm Auf Kosten unseres Volkes erlangen Dieses Ding, das du errichtet hast Steht nicht für uns Dein Direktorat ist gefallen, Onkel Du tust dem Sektor keinen Gefallen Wenn du dich daran festklammerst Nichts wird dem Sektor noch helfen Nicht mehr Dieser Krieg hat uns alle ins Unglück gestürzt Der Sektor blutet, Kamea Wir sind schwächer als jemals zuvor Und schon bald werden die Haie kommen Sparte deinen Atem Oh ja Dafür schulde ich dir eine Kugel Sie können mich nicht töten Söldner abschaum Sonst würden sie mich zum Märtyrer machen Und der Sektor wird niemals Frieden finden Kamea, hör mir zu Koromode gehört dir Ich werde mich ergeben Aber du musst mich am Leben lassen Andernfalls wird der Sektor ins Chaos stürzen Nein Vater, das kannst du nicht tun Das Direktorat ist für den Sektor lebensnotwendig Und für seinen Glanz Du hast mir selbst gesagt Dass der Sektor untergehen wird Wenn wir scheitern Das Direktorat ist bereits gefallen Victoria Wir haben verloren Wenn wir weiter kämpfen Würde es nur noch mehr Leben kosten Leben kosten? Leben kosten? Du hast mir befohlen 11.000 Menschen auf Perdition zu töten Und jetzt hast du Angst Blut zu vergießen? An meinen Händen klebt ein Ozeanas Blut Vater Ich hab's vergossen Weil du mir gesagt hattest Dass es nötig sei So war es auch Aber unser Gambit ist gescheitert Also was? Oh Jetzt hab ich Bock auf Garnelen Es ist vorbei, Victoria Ich weiß, dass das nur Schwer akzeptierbar ist Aber du musst dich ergeben Nein, Vater Du magst zum Feigling geworden sein Aber ich bin ein Meckkrieger Ich würde lieber sterben Als mich zu ergeben Du möchtest diese Welt Also wirklich, Kamea? Dann kämpf mit mir darum Deine Lanze gegen meine Auf dem Turniergelände Der Wettkampf Der uns verwehrt wurde Du und ich Auf Leben und Tod Für den Sektor Hast du noch immer nicht genug Vom Töten, Cousine? Hat dir das Petition Massaker Nicht gereicht? Ich hab es für den Sektor getan Für unser Volk Es war meine Pflicht Ich hatte keine Wahl Aber du verstehst das nicht Du wirst es nie verstehen Und deshalb möchte ich es dir leicht machen Du musst nicht verstehen Warum ich so gehandelt habe Du musst mir nur in der Arena Gegenüber treten Wo ich dich wie immer besiegen werde Weil ich dazu ausgebildet wurde Du wirst mir geben Was ich verlange Oder dein geliebter Alexander Wird den Preis dafür bezahlen Mein Vater war zu schwach Um ihn zu töten Aber ich bin es nicht Nimm meine Herausforderung Anker mehr Andernfalls werde ich ihn Mit meinem Battle Mag Zu Brei verstampfen Du tust mir schon beinahe leid Du sollst deinen Kampf Willkommen, Victoria Und dein Blut wird das letzte sein Dass ich in diesen Krieg vergieße Machen Sie Ihre Meckere Bereit, Potterich Wenn ich meine Cousine In der Arena gegenüberstehe Möchte ich Ihre Eine an meiner Seite wissen Nice Endlich macht es sich bezahlt Dass wir Gladiator waren Sehr gut, Potterich Ich bin stolz An Ihrer Seite zu kämpfen Treffen Sie mich Mit Ihrer Lanze Beim Tourneergelände Das Ende dieses Krieges Ist überfällig Schnickel Schnickel, Schnickel Ja, halt die Halt die Gurschen Oh Wir können die auch Scheiße Dammit Nur weil der Kopf angeknackelt ist Oder warum jetzt Ach ja Weil der Kopf angeknackt ist Na super Steht hier gar nicht Was nehmen wir denn jetzt mit? Ja gut, ihn hier Puh Okay, wir nehmen definitiv Die Katja mit Lassen wir kurz Gucken Der bräuchte ja eigentlich Jemanden der Hitze Handeln kann Ja Tony Mann Ich kann aber auch nicht zurück Um Ne Um die jetzt noch ein bisschen auszurüsten Der braucht einen Hitzehändler Ansonsten kann er nicht so oft schießen Oder soll ich einfach Don Pedro für die Werte mitnehmen? Ja komm Wir nehmen Pedro mit Also Nächste Folge Geht's in die Arena Und dann wird Victoria Umgeklatscht Aber so richtig Daster Dkämer